Musik So Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Titanfall 2. Diesmal haben ich, Ben und der Elia gespielt, der hat es inzwischen auch, aber ich glaube bis jetzt kamen noch keine Videos mit dem. Und wir haben uns mal eine Challenge gesetzt. Und zwar hat der Elia für mich einen Piloten zusammengestellt, ich für den Ben und der Ben für den Elia. Das heißt, wir haben uns gegenseitig Sachen, halt Waffen, hier Taktikfähigkeiten, Granaten und eben die ganzen Sachen, die man einstellen kann, Titanabwehrwaffen und alles und Boost auch, haben wir vom anderen auswählen lassen und dabei sind recht interessante Piloten dabei rausgekommen. Ich hatte als Primärwaffe die Double Take. Normalerweise bin ich so jemand, ich spiele eigentlich so ziemlich nie Sniper in irgendeinem FPS-Game. Weil das liegt mir normalerweise eigentlich nicht, aber ich war von mir selbst sehr, sehr überrascht, was in dem Spiel passiert ist. Also guckt es euch einfach an. Als Boost habe ich allerdings von Elia Smart Pistol genommen. Da habe ich mich immer richtig scheiße gefühlt, wenn ich damit Kilt bekommen habe. Aber ich nehme, was ich kriege, deswegen ist das auch ein Smart Pistol Spiel. Also Entschuldigung Leute, aber das hat der Elia mir so gegeben, deswegen musste ich Smart Pistol benutzen. Ja, die anderen werdet ihr glaube ich während dem Video halbwegs erfahren, was die so hatten. Aber von den ganzen Waffen, die wir uns gegenseitig gegeben haben, haben wir bemerkt, die Waffen liegen uns eigentlich. Normalerweise ist es bei uns immer so, wenn wir sagen, ja wir machen jetzt ein Loadout für den, dann nehmen wir meistens immer so eine Waffe, wo wir so sagen, ah der ist bestimmt scheiße damit. So, dass der halt möglichst viel abkackt. Aber in dem Fall haben wir uns gegenseitig eigentlich immer Waffen gegeben, mit denen wir halbwegs umgehen konnten. Aber ich will jetzt auch noch wieder nicht zu viel labern, guckt einfach das Video und viel Spaß. Das ist einfach zu blöd. Ich habe noch nicht mal einen Kill. Ja, Headshot. Also vorhin das Highlight vom vorherigen Spiel war immer noch, dass ich zwei No-Scope-Headshots hintereinander bekommen habe. Echt? Ja, Finisher. Ich ersteche ihn. Aber halt nicht nur, nicht so, ich habe ihn erschossen und dann eine kurze Zeit hintereinander, sondern halt wirklich so eine halbe Sekunde gleich danach oder so. Wie haben die mich jetzt beide nicht getötet? Weil ich habe einen Teil. Ja, mein erster Kill. Mein kalter Kill. Hören wir Musik? Hören wir Musik? Das war's. Warum hören wir jetzt Musik? Schön, oder? So, grad finde ich echt schlecht. Mein Titan ist auch ready. Soll ich holen? Auch. Nee, oder? Was? Titan holen. Nee, oder? Äh... Ja, vielleicht holt dann der andere Dude auch seinen Titan. Nein. Mit der E45. Nein. Also einer von den Titans ist schon ziemlich tot. Ist das ein Ronan, der hat so ein ganz Fusselchen Leben oder ist sogar schon doomed? Was für ein Kack, du Mann. Fuck. Zehn glaub... Nee, fünf glaub ich. Oh shit. Mit Impulsklinge. Den hab ich auch noch nicht. Das hab ich versucht, aber es ist so schwer, weil die Impulsklinge so scheiße klein ist. Fette Titan, aber ich weiß nicht, glaub ich. Ja, Headshot. Praktisch ist es grad nicht so gut, seit Titan zu holen, ne? Äh, ja doch. Äh, ja, kommt auch an. Nein. Ich mein, die haben jetzt alle schon, also... Nein. Die halt dann wahrscheinlich relativ low. Keiter, ja. Keiter, ja. Keiter, ja. Ja, lol. Uf, Alter, ich bin hier drinnen mit Ben oder so. Hier drinnen ist jemand. Nein! Ben, da kommt einer rein. Ne, das war ich. Ich bin schon tot. Oh, ne. Jetzt hat er die Batterie. Hi, ich bin hinter dir. Uiuiui. Ja, ich hatte auch eine eigentlich. Ah, ne, die hatte ich vorhin schon verloren. Da bin ich! Ernsthaft? Oh, nein. Ihr habt das scheiß Fick abgeschossen und bin reingelaufen. Alter. Oh, Elster, du. Wuh! Wuh! Ich hab einen Tei. Alter, hä? Wie krass ist denn Elster, bitte? Elster ist schon krass. Ah, ne. Der hat mich vorhin mit einer Granate getroffen, drummach. Ich dachte, ich wäre ja aus der Reichweite schon gewesen. gepackt? Wo war's? der wichser chillt da oben da nach oben ist der legion tot also der du paschen sprung raus gemacht ist wieder reingekommen und dann habe ich ihn da ein der so gut wieder ja man wuuhu weg mit dem alter Nein dir nicht Nein wir haben ja gerade so oft alter achso ihr habt alle eure Titans erwarten ja Was macht der Typ denn? Ich sehe ihn auch gerade nur so. Nein, da oben auf dem Dach ist einer, Ben. Hä? Oh Mann. Natürlich landet der genau auf mir. Ist ja echt. Ja. Ich meine, ich war eh schon doomed. Ich wäre eh jetzt gestorben, aber trotzdem. Nicht so. Das hätte ich mir sparen. Ach was. Ich brauche jetzt keine Smart Pistole, wenn wir überall Titan das rumrennen. Alter, Smart Pistole. Ich fühle mich so scheiße, wenn ich damit einen Kill mache. Ich habe schon wieder Smart Pistole. Na gut. Ja Mann, ich habe es sogar geschafft. Das hat funktioniert, wie ich wollte. Hä? Oh shit. Nein. Alter. So, der Ronin ist tot. Och Mann, Alter. So, da hinten hatten die noch irgendwo einen Titan, oder? Die haben zwei Titan, das haben die noch. Nein. Dieser. So, da hinten haben die noch einen. Nein. Jetzt hat mich der Typ mit seinem Thunderbolt getötet. Ich habe zu sehr versucht, mich mal jemanden umzubringen. Okay, der Reaper, der verschwindet einfach. Wie ein Geist. Der ist nicht mehr explodiert, der ist einfach nur verschwunden. Nein. Oh fuck. Gerade richtig ab, Alter. Mann, der Reaper. Ich sterbe die ganze Zeit durch Reaper, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise sind hier zu viele Reaper. Ja, ja, so geht's auch. Wo ist der Dude? Der Unforgiven Ghost, Alter. Der ist richtig krass. Unforgiven Ghost? Ja, wirklich. Ich habe gerade getötet. Keine Ahnung, wie vieles Mal bin ich für den Tod gestorben, Alter. Ben's Husten geht ab. Ja, Mann. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade gemacht habe. Oh, Alter. Ich habe ihn mit meiner Fußspitze berührt. Ob der Nordstand spielt? Das hätte ich nicht machen sollen, wenn wir die vier, ne, fünf Titans haben. Äh, die haben uns übrigens überholt. Alter, Scheiße. Wir haben einen Punkt gerade noch. Okay, jetzt nicht mehr. Ja gut, ich hätte es auch nicht machen sollen mit meinem Titan, weil jetzt haben die Gratis Titan die haben gewonnen, ja. Außer wir rufen jetzt unsere Titans und machen die noch, aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Und der Unforgiven Ghost hat gerade so noch überlebt. Gut, wenn ich jetzt rausspringe, dann bin ich tot. Da bin ich wahrscheinlich eh. Nein. Ich hätte aussteigen sollen. Ich wollte eigentlich gucken, wo der ist und dann... Wo ist der andere Chef da drüben? Die ist noch zu zerstören mit zwei Titans. Ob wir da überhaupt noch hinkommen. Ich nehme die was Markpistole. Ja, Mann. Hä? Nein. Der North Star. Alter, hat der euch noch gerade weggeholt? Ja. Oh, Mann. 32 Kills? Ich zumindest. Mit Double Take? Was läuft bei dir? What the fuck? Ich glaube, ich habe eine neue Waffe gefunden, mit der ich umgehen kann. Alter. Das ist 7. Heiß. Hä? Davor habe ich die immer nur so gespielt, nach mir so... Ah, ja, nee, Sniper. Und jetzt, Alter. Geht ja voll ab. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Kombination mit der restlichen Sachen ist, die ich habe. Aber trotzdem. Mega nice. Ich fühle mich trotzdem immer noch richtig kacke, wenn ich Leute mit der Smartpistole gekillt habe. Ja. Es ist okay. Nein, ich mag das aber nicht. Es ist okay, scheiße zu sein. Nein, ich will nicht scheiße sein. Das war's. Also, wissen Sie das nicht nicht. Alles. Scheiße. Hö'naten. Alles. G2. ώ. Gemüller. synth. Entonces, war R. Tonic. Tja.